hallo und willkommen auf meinem kanal als allererstes muss ich mich bei euch entschuldigen und zwar diese kleine probe die ich euch als concealer verkauft habe das ist eine foundation mit concealer da drin also beides in einem das war eindeutig ein fehler von mir da habe ich euch was falsches erzählt also es ist kein concealer produkt alleine sondern es ist eine foundation mit concealer drin meine freundin hat mich noch mal angeschrieben was denn da erzählt ja also da habe ich einen fehler gemacht dafür muss ich mich erst mal entschuldigen so dann habe ich ja von einer ganz lieben followerin das nochmals so als video idee auch genommen ich dachte mir neuer wenn sie das schreibt vielleicht haben das ja andere auch sie hat mich noch mal darum gebeten die kontur noch mal so richtig genau zu beschreiben und das werde ich auf jeden fall tun also ich werde ein jetzt ein in diesem video zeige ich euch einfach mal so meine base wo ich genau den den bronzer hinsetze wo ich genau das russchen setze und dabei werde ich einfach so ein bisschen erklären also viel spaß in diesem video und bis gleich so dann wenn wir die foundation aufgetragen haben dann ist die frage die kontur bronzer rouge mache ich zum schluss jetzt die kontur kontur ist ja was also wenn ich jetzt so foundation drauf habe dann ist das gesicht ja so praktisch eine fläche so ein so ein weißes bild sag ich mal übertrieben und jedes gesicht hat ja verschiedene formen und da gibt es runde form da gibt es ganz schmale form na das ist jetzt auch für euch sicherlich nichts neues und was ich jetzt mit meiner kontur möchte ist zum beispiel habe ich gesehen wenn ich meine nase so ein bisschen konturiere dass die nase einfach besser rüberkommt das ist nicht so eine weiße fläche sondern sie sieht so ein bisschen feiner aus und das finde ich bei der mama kurz mal so so schön wenn die ihre nase ich finde ihre nase so schön die hat sie immer so schön konturiert konturiert und das möchte ich einfach und was ich auch natürlich möchte ist dass man dieses hier so ein bisschen einfach verschönert also ich möchte mit kontur bewirken dass ich schöner feiner hübscher aussehe deswegen mache ich das ich muss nichts verstecken aber ich hebe ein bisschen hervor das ist der grund so jetzt habe ich insgesamt drei konturprodukte das ist einmal make up coach hamster beckli das ist ein creme produkt eine richtig schöne schattenfarbe man kennt ja auch menschen schattenbrauen von make up coach und das ist so eine richtige kontur farbe womit ich wirklich eine richtige schöne kontur machen was ich im moment andauernd mache weil ich diesen ton so toll finde weil ich ein cremiges produkt toll finde ich habe gemerkt cremige kontur lässt sich super gut verteilen mit dem pinsel so was ich aber auch noch habe und das habe ich mal im ausverkauf gekauft sehe ich gerade das ist die von essenz und die kontur palette essenz wenn ihr mal unterwegs seid und ihr möchtet jetzt ganz schnell kontur haben und die haben kein nix und die haben natürlich auch kein make up coach und ihr habt nichts ihr möchtet jetzt aber mal ein bisschen zu hause üben dann kann ich euch diese palette wärmstens empfehlen die von essenz andere kenne ich nicht ich kenne nur die und habe von der deswegen habe ich sie mir gekauft nur gutes gehört das ist auch ein richtig schöner schattenton es sind zwei schatten töne es gibt ja blasse und bräunliche typen und da könnt ihr unheimlich gut finde ich mit üben weil es ein günstiges produkt ist und auch ein sehr bewährtes und auch ein sehr gutes produkt wo die leute wirklich alle sagen das ist eine richtig gute palette also ich zeige sie euch noch mal so sieht sie aus das müsst ihr euch jetzt wegdenken na und dann habe ich noch die von nix da zeige ich jetzt die gelbliche nicht sondern ich zeige euch ist das jetzt fair ja die fair palette die ich über alles liebe weil da kann ich auch noch mal super mit arbeiten das ist ein auch ein sehr guter konturton den liebe ich auch über alles ihr seht es ja schon damit habe ich immer gerne hier so meine augen verjüngt meine nase kann man so ein bisschen weiß machen hier unter der kontur kann man noch mal hell machen also jetzt kommt drauf an was habt ihr und welches produkt soll ich euch jetzt zeigen ich sag mal so makeup coach ist ein super produkt hat aber vielleicht nicht jeder mache ich natürlich hier überall werdet ihr sehen so essenz ist toll zum üben fehlt mir der helle ton also zeige ich euch heute mein favorit mein lieblings produkt und das ist die kontur palette von nix 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 und da habe ich einen pinsel den nehme ich am allerliebsten da habe ich aber auch noch den und da habe ich noch den so das ist ein makeup coach produkt das gibt es dann mit dem hamster bag die wurde mir das zusammen geschickt ich weiß gar nicht wie sie das verkauft ob sie den auch einzeln verkauft müsstet ihr einmal im shop gucken verlinke ich euch natürlich in der video beschreibung ein sehr sehr schöner pinsel der ist so ein bisschen eng gebunden würden die profis jetzt sagen und der ist ganz weich und der hat so ein bisschen die form und damit kann man super konturieren aber damit mache ich nicht so gerne meine nase dafür ist er mir zu groß da habe ich ja zufällig mal eingekauft bei moment bei real technik jetzt habe ich real technik von rossmann den pinsel habe ich ganz lange gar nicht benutzt und jetzt benutze ich ihn jeden tag immer für meine nase weil guck mal der passt so gut den habe ich im vierer pack gekauft 34 ich glaube vierer pack mit anderen pinseln zusammen der ist super den würde ich euch so raten für die nase weil der so toll ist hierfür kann man ihn auch nehmen dafür kann man ihn auch nicht mache ich aber nie da habe ich dann halt noch den also ich zeige euch mal alle drei zusammen das sind meine drei kontur pinsel mehr habe ich im moment nicht und ich komme damit super klar und habe gerade kein bedürfnis ein neues produkt dazu kaufen weil ich das liebe ich fange jetzt mit der nase an das heißt ich nehme jetzt diese kontur palette welche auch immer nehmt die die ihr habt jetzt gucke ich mir meine nase ganz genau an und jetzt kommt es natürlich darauf an will ich die nase schmaler machen will ich sie kürzer machen will ich sie breiter haben breiter wohl nicht aber meistens will man sie einfach so ein bisschen mehr betonen das heißt jetzt nicht dass die nase so ins auge fällt sondern mit betonen ist einfach gemeint es die feine aussieht na jetzt ist so ein zinken und gleich sieht sie ein bisschen feiner aus so ich gehe also mit dem pinsel nur ganz leicht da rein ganz leicht eine ecke und dann gucke ich so von vorne wo fällt das licht rauf und ich möchte dann hier die nase schmaler haben also hier möchte ich sie betonen kann man schlecht erklären guck mal so mache ich einfach nur mal so und schon ist das ein bisschen betont da nicht da wirkt es wulstiger und da wirkt sie feiner wenn ich das jetzt auf beiden seiten macht seht ihr ich mache nur mal die seite hier zu ende wenn ich jetzt hier angesetzt habe habe ich ja hier praktisch den strich und dann ziehe ich das einfach nur runter ich habe ja keinen puder drauf gemacht das heißt auf die foundation auf die foundation kommt jetzt dieses produkt und dann können wir nämlich vorsichtshalber nachher noch so ein bisschen kaschieren das heißt ihr könnt natürlich auf die foundation auch sehr gerne ein ein puder erst auftragen ich weiß aber nicht ob ihr alle puder nehmt deswegen zeige ich es jetzt auch mal ohne puder normalerweise würde ich abpudern und dann würde ich das rauf machen wenn ihr ein cremiges gar nicht so einfach zu erklären wenn ihr ein cremiges produkt nehmt dann auf die foundation wenn ihr ein puder produkt drauf nimmt kann es auch auf das puder auf gemacht werden aber ich habe das getestet und es ist schön lange haltbar wenn man das direkt auf die foundation aufträgt und danach noch mal über puder und wenn wenn man jetzt gerade wenn man so im üben ist man ist ein bisschen unerfahren das bin ich ja auch ich bin ja auch kein profi dann kann man das auch noch mal mit pudern noch so ein bisschen so kaschieren dass das alles in allem einfach ein bisschen natürlicher aussieht so also eine seite so ein strich und dann ausgeblendet und das mache ich jetzt hier auch jetzt gucke ich wieder gerade in den spiegel ich gucke jetzt mal so dass ihr das sehen könnt ich richte mich so ein bisschen nach dieser oberen linie und würde dann ich stelle mir einfach so meine nase vor wie soll sie aussehen mache hier einfach so ein strich und dann ziehe ich das so runter das ist jetzt so ganz schwierig das zu zeigen guck mal ich habe ja jetzt hier nur die foundation und nicht abgepudert dadurch kann ich das jetzt einfach auch wunderbar so ein bisschen üben wo genau ich finde das einfacher wenn ich das dann direkt auf der foundation habe weil die foundation ist cremig und wenn ich jetzt hier praktisch rüber gemalt habe würde das ja mit puder denn gleich so fixiert sein gleich so fest dann habe ich voll das problem und so mache ich einfach einmal so und dann ist es weg finde ich dann einfacher so gerade wenn man damit jetzt anfängt mit mit üben mit kontur so dann lasse ich das hier auch so ein bisschen ausstreichen damit da vorne die kartoffel auch ein bisschen schmaler wirkt so dass man einfach so ein schmales näschen hat jetzt stupse ich da noch mal rein immer lieber weniger nehmen und dann immer nachnehmen und dann kann man sich hiermit auch noch mal ein bisschen die nase verkürzen guck mal hier so ein strich ist einfach nur ein schatten und wenn ich dann hier so die linie gemalt habe so da ist schluss optisch mit meiner nase denn streiche ich auch das so ein bisschen nach unten weg so hat man optisch so ein bisschen seine nase verkürzt und dann kann man auch wenn man möchte kann man sich so eine stups nase noch machen da brauche ich ein bisschen farbe stupse immer nur einmal rein könnte man sich hier auch noch mal so ein strich machen dann hat man optisch eine stups nase wenn man das dann abpudert und macht hier highlight darauf dann wirkt das optisch so ja also dann wirkt es feiner das kann man auch machen dann kann man den die restliche farbe wieder schatten holen und jetzt sieht das ganz komisch aus aber wenn ich nachher puder drauf mache und vielleicht noch ein bisschen helligkeit oder je nachdem macht einfach euren rhythmus da gibt es nicht so viele regeln das ergebnis ist eigentlich nur wichtig dass ihr einfach so ein bisschen eure nase betont hat wie ihr das jetzt macht ich glaube das macht jeder unterschiedlich und wenn ihr jetzt mehr so eine breitere nase habt dann macht ihr die flügel einfach so schön setzt ihr die in schatten ihr mal damit einfach nur ein schatten wenn ihr jetzt ich tue jetzt mal so ihr habt eine große nase dann würde ich zum beispiel gucken so aha ich will eine schmale nase haben lasst diesen strich und fang an hier denn so runter zu gehen so jetzt als beispiel ich habe das jetzt nicht aber dann habt ihr da unten die kartoffel so ein bisschen schmaler so und hier ein bisschen abgekürzt wenn ihr eine zu kurze nase habt dann kürzt ihr die nicht ab dann macht ihr gar nichts so was ich jetzt halt an der nyx so toll finde ist ich habe jetzt hier auch diesen hellen ton und das finde ich zeige ich euch jetzt mal kann man ruhig anstatt jetzt mit concealer wie das viele youtuber machen kann ich das hier auch ein bisschen mit dem finger rauf stüpseln muss ich wieder sagen gerade für anfänger ist das gar nicht verkehrt wenn man finde ich viel mit den fingern macht so und jetzt hole ich noch mal die stubs nase nach oben seht ihr das ich lasse den strich habe hier einfach nur helles puder und schon naja so ganz perfekt ist es nicht so und mit nachher mit highlighter wirkt es richtig so wie so eine stups nase wenn ihr das möchtet übt das einfach mal ich bin da nicht so ein großer fan ich finde ich kann das immer nicht so gut mit der stupsi nase aber eigentlich und wenn ihr nicht genau wisst wo die linie muss dann müsst ihr einfach eure nase so hoch machen dann habt ihr automatisch die linie guck mal ich habe sie ein bisschen zu weit nach oben gemacht eigentlich müsste man wenn man so macht genau hier die linie machen genau hier mag ich aber nicht so gern so eigentlich mag ich das gar nicht so gerne ich versuche das mal wieder ein bisschen weg zu wischen und wie gesagt dadurch dass ich nur also wenn es ein bisschen bleibt ist nicht so schlimm aber ich muss immer so viel quatschen um euch das zu erklären manchmal geht es halt nicht ohne ne so jetzt würde ich halt dieses produkt abpudern und dann pudern was nehme ich denn heute mal für den puder zauber puder natürlich so jetzt würde ich die nase ich bleib mal bei der nase die nase schön abpudern jetzt ist es fixiert kann man natürlich noch einsprühen und jetzt suche ich den auch dann nämlich den hier das ist jetzt egal irgendein highlighter mein lieblings pinsel für highlighter dann gehe ich da locker rein abklopfen wie die profis ganz wichtig und jetzt mal ich einfach nur dieses was ich vorher weiß gemacht habe nur diesen diesen hoppel bei der nase den betone ich ein bisschen mit highlighter so und jetzt finde ich hat man ein feines näschen so mache ich das und wenn ich jetzt stubs nase zeige ich noch mal für die leute die sich ein stubs näschen machen wollen dann mache ich dann hier vorne so eine mickey maus so und jetzt hat man optisch eine bisschen andere form also wirklich nur hier vorne wo es halt so hoch geht optisch da ist der punkt da geht es hoch ich meine mir damit praktisch so eine höhe mit hell und mit highlighter malt man höhe und das andere sind schatten so mache ich das immer nase fertig so wenn wir jetzt weitermachen wollen wenn wir jetzt so ein bisschen schlanker oder so werden wollen das heißt man macht das ja oft hier man macht es oft hier ich mache es hier sehr gerne hier mache ich es eher selten aber wenn wir jetzt foundation aufgetragen haben und wir wollen jetzt praktisch so eine so eine kontur rauf machen dann wie gesagt ihr könnt es erst mal abholen und dann machen oder ihr macht es direkt auf die foundation ich habe damit auch gute erfahrungen gemacht sollte aber vielleicht jeder für sich selber entscheiden wie er es machen möchte auf jeden fall wenn die kontur nicht so krass ist kann man das auch ruhig auf die foundation rauf machen und wie gesagt man kann es dann immer einfach besser ausbessern gerade am anfang wenn ihr damit noch nicht so super erfahren seid würde ich euch das so raten also fange ich mal an gehe nur mit einer seite rein und kontur wird jetzt nicht voll durchgezogen bis zu den lippen sondern eigentlich das habe ich auch gelernt an laufend der zeit da haben mir ganz viele leute auch geschrieben so macht man es nicht macht es so da 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 war ich immer sehr sehr dankbar und das gebe ich dann auch jetzt an euch weiter dann braucht ihr nicht meine videos zu gucken kontur habe ich mir auch bei anderen abgeguckt am besten so einen länglichen pinsel kaufen dann fängt man hier an und dann geht man schon zwar richtung nase oder man geht richtung ohr das kommt auf die gesichtsform drauf an aber man lässt es so auslaufen ich mache das eigentlich immer nur so das reicht mir vollkommen ich mache das nie so so total oder so habe ich am anfang falsch gemacht da bin ich viel zu weit nach vorne gegangen eigentlich wird kontur nur kurz gemacht da habe ich dann immer so meine youtuber des vertrauens da nehme ich am liebsten denn so irgendwelche make-up ja make-up coach leute natürlich sie zeigt das mit dem löffel ich liebe zum beispiel wiki lash die hat super videos dazu könnt ihr euch sehr sehr gerne mal angucken wiki lash die zeigt das auch noch mal so richtig schön kontur bronzer und so weiter also da kann man nur lernen finde ich also und ich lerne am liebsten von von solchen leuten die so richtig ahnung haben das wichtigste ist jetzt wenn wir das jetzt nur so ich mache ich habe es ganz schön doll gemacht aber da kommt ja gleich puder rüber dann sieht man es nicht mehr so und bronzer und so weiter das wichtigste bei der kontur ist eigentlich dass ihr euch praktisch diesen strich macht den nicht zu weit nach vorne holt so formt wie ihr das haben möchtet kommt auf eure gesichtsform drauf an entweder macht ihr es so ein bisschen gerader oder ihr macht es richtung also einmal richtung mund oder einmal richtung untere nase kommt auf die gesichtsform drauf an und das wichtigste ist jetzt nicht nach unten verstreichen sondern immer nach oben das heißt wenn ihr hier angesetzt habt verstreicht ihr das produkt natürlich nach oben so dann sieht es auch aus wie eine kontur weil das hier das muss unbedingt hell bleiben sonst ist es keine kontur dann ist es quatsch so ist auch nicht schlimm es ist zwar so dass man das sieht dann denkt man so mache ich auch und dann sitzt man hier denkt so wie war das denn jetzt nochmal und das sieht ja ganz komisch aus und das kenne ich auch alles ich habe das einfach immer wieder gemacht wollte das einfach lernen und das ist wie mit sit ups am anfang kriegt man einen halben hin dann nach einer woche sit ups kriegt man schon mal zehn stück hin und nach einem monat lachst du drüber da machst du 15 wenn du sehr gut bist das ist einfach übungssache einfach übungssache das kann keiner am anfang so toll und perfekt das müssen wir alle üben immer wieder wir müssen das wollen das ist wichtig wir müssen das wollen wir müssen den sinn darin sehen der ist ja nicht immer gegeben man muss das ja nicht machen aber man kann und ich finde immer also meine nase die mache ich immer weil ich das einfach toll finde und hier doppelkinn auch gerade nach silvester und weihnachten also oder ostern da futtert man auch immer so viel kontur hier unten ganz einfach jetzt habe ich das gar nicht so richtig erklärt also nehme ich auch wieder den pinsel gehe ich auch wieder da rein und dann gehe ich hier einfach guck mal ich gehe hier einfach der linie nach kann man nicht so viel falsch machen einfach nur so bam bam oder ihr haltet den pinsel so und dann verstreicht ihr das natürlich nicht nach oben sondern immer nach unten ausstreichen zum doppelkinn hin je mehr umso besser so ganz einfach guck mal moment ich zeig euch das nochmal kontur da kommt gleich noch puder rüber dann sieht es nicht mehr so krass aus man kann auch einen helleren ton nehmen das ist dann halt wieder wahrscheinlich das gute bei dieser essence palette da kann man auch einen helleren ton nehmen mal im vergleich diese beiden töne sehen sich sehr ähnlich und da ist halt der hellere mit dabei da gibt es auch große farbbranch überall von allen möglichen firmen so also nur hier lang malen damit wir das so ein bisschen unterbrechen damit das nicht so eine farbe ergibt man nicht dick so und hier ist es nämlich dann wieder anders hier ist es so alles eine fläche es wirkt dann dick wenn man sich bewegt und bei all die an der kasse steht so wird schlanker das ist halt der grund so dann mal ich mir ich fange mal hier an hier hat man ja meistens wie seht ihr das hier so ein dicky huppel oder so ein so ein halt so ein was ist nicht noch eine wange hier unten eine schulter hamster backline also das malt man dann einfach so ein bisschen an hier fange ich an und dann gehe ich halt hier so rüber drück richtig so ein bisschen auf so und schon habe ich hier ein bisschen schlankheit ein bisschen ja verjüngerung je nachdem das mache ich das ist wirklich das ist glaube ich so das einfachste überhaupt diese kontur am schwierigsten ist wahrscheinlich die nase oder das hier aber das hier unten finde ich relativ einfach das habe ich auch immer sehr gerne gemacht weil ich da wirklich einen unterschied gesehen habe und das hier können wir auch noch mal also hier machen wir die linie und dann streichen wir das nach unten hinweg wer möchte kann sich natürlich auch das ganze doppelkinn hier anpinseln dadurch dass es ein natürlicher schattenton ist fällt es nicht auf und dann immer schön ausstreichen ja ich würde immer kontur nehmen um kontur zu machen ich würde immer bronzer nehmen um das gesicht aufzuwärmen und ich würde rouge nehmen um das gesicht frischer zu machen so mit kontur sind wir dann fertig kann man auch immer alles noch mal so ein bisschen abpudern und jetzt würde ich allgemein einfach einmal das gesicht so abpudern und nach dem pudern kommt dann der bronzer und das rouge mit kontur sind wir fertig alles abgepudert ich hoffe auch vernünftig wenn man jetzt so sieht so streifen einfach pinsel nehmen und noch mal so ein bisschen verteilen so jetzt kommt der bronzer der bronzer ich liebe im moment wieder mal weil ich die wieder in meiner kiste gefunden habe physischens formula sehr cremig ganz toll werde ich jetzt im moment erstmal wieder benutzen und too faced ist auch schön und Maybelline und ach was es nicht alles gibt für bronzer nehmt einfach das produkt was ihr liebt so dann habe ich ja mir einen pinsel mal gekauft auch wieder von real technik das ist so ein kurzer kleiner dicker gerader und den finde ich so toll für bronzer am anfang habe ich immer so ein riesen pinsel genommen dann landete das sonst wo mache ich heute nicht mehr ich nehme heutzutage kleinere pinsel für mein gesicht und das ist so mein bronzer pinsel der bronzer wird laut douglas verkäuferinnen ich habe mich da ja mal erkundigt ich bin ja mal zu douglas ging und gesagt können sie mir das mal erklären und laut youtuber die das beruflich machen die sagen man macht den bronzer wie eine 3 das heißt eine 3 hier oben bisschen form dann geht man so runter und dann macht man so so was damit gemeint ist ist jetzt kommt es wieder auf die gesichtsform drauf an ich nehme den bronzer immer um hier mein gesicht so ein bisschen abzurunden das soll man auch gar nicht so krass sehen sondern das ist einfach nur wieder so ein ganz natürlicher schatten so ein bisschen bräune von der sonne und hier in der mitte lasse ich das hell das heißt der bronzer form praktisch das gesicht einfach nur ein bisschen schöner nicht so eckig sondern so runder die die optimale gesichtsform ist ja immer oval das möchte das auge sehen das auge möchte eine ovale schöne form sehen das ist für den menschen schön so und dann kommt es immer darauf an was man für eine gesichtsform hat und dann mache ich jetzt den bronzer immer hier mache ich ja die frische rein wenn ich jetzt ganz lange durch den wald gelaufen bin ich komme wieder rein dann kann ich richtig gut sehen wo bin ich eigentlich rot da bin ich ja nicht überall rot ich bin nicht an der schläfe rot ich bin nicht da rot da rot sondern hier vorne da bin ich rot und meistens so ein bisschen die nase und das ist das was frische ins gesicht zaubert und was ich so wunderschön finde deswegen werdet ihr bei mir wahrscheinlich überwiegend ganz selten hier das rouge sehen ich bin immer der typ der frisch aussehen möchte auch wenn ich hübsch bin auch wenn ich abends tanzen gehe ich möchte immer frisch aussehen und ich finde und das muss ich auch sagen das sagt auch wieder wiki lesch sie hat gesagt rouge zaubert wirklich nur die natürliche röte ins gesicht rouge ist kein konturton rouge ist einfach nur ein bisschen frische ins gesicht zaubern und der bronzer ist dafür da das gesicht mit der kontur zusammen ein bisschen zu konturieren ein bisschen wärmer zu machen wenn ich jetzt hier also ihr seht schon meine form ich stoppe hier weil da kommt ja das russchen hier stoppe ich aber man kann natürlich auch alles nachher ein bisschen miteinander verbinden das mache ich auch immer ich mache aber meinen bronzer nur hier an der ecke gehe jetzt nicht so runter über die schläfe das mag ich nicht sondern ich fange dann erst wieder hier an so über der kontur und hier lasse ich das hell hier könnte ich auch noch mal einen hellen weißen ton nehmen von der nyx konturpalette muss ich aber nicht ich kann gleich hier oben bleiben dann habe ich hier die kontur und da drüber praktisch den bronzer den bronzer wie so eine traube wie so ein wassertropfen hier so aber auch nicht zu weit nach vorne also nicht ich würde immer aber würde ich stoppen man sagt immer so zwei finger aber wie gesagt da mache ich auch mein russchen so so sieht das dann aus und so sieht das ohne aus und ich finde dass es mit schöner aussieht deswegen nehme ich das jetzt auch wieder ich gehe so richtig so dong dong und ich mag unheimlich gerne so richtige schöne weiche samtige bronzer nicht so staub trocken sondern so cremige Physicians Formula ist toll Maybelline ist toll Too Faced ist toll was gibt es noch tolles ja kennt ihr ja schon Rivaldi Pommes Backung ne Waikiki ist auch total toll der wird ja verglichen mit dem von Huda die ganz bekannten beliebten so und da so lasse ich das jetzt also hier mache ich das nicht weil da habe ich meine kontur das reicht mir ich mache den bronzer nur hier oben und die ecke jetzt gibt es Rouge natürlich auch in vielen verschiedenen Varianten da werde ich jetzt gar nicht so drauf eingehen weil wenn ihr jetzt ein cremiges Rouge nehmen würdet müsste man das direkt auf die Foundation auftragen ich bin jetzt aber schon abgepudert deswegen zeige ich euch ein Puder Produkt und natürlich was es euch schon zeigt natürlich Just Fresh weil das ja für alle Frauen am besten ist und ich würde immer für fast jedes Rouge immer ein Stippling Brush nehmen das sind die die so ganz fein vorne sind die so ganz weißliche Federn haben da vorne die finde ich ganz toll die habe ich auch in vielen verschiedenen Varianten so habe ich sie so habe ich sie also habe ich ganz viele liebe ich total werden hier immer ständig benutzt sieht man ja auch so und dann gehe ich in den Ton rein und jetzt erinnere ich mich wieder was Vicky Lash gesagt hat oder was für mich auch total einleuchtend ist und was ich auch richtig gut finde ich mache jetzt nicht hier so weil das ist für mich nicht natürlich ich möchte ja möglichst natürlich aussehen sondern ich mache wieder mein komisches Gesicht um die Apfelbäckchen hervorzuheben und da sagen viele Leute da habe ich schon gehört wenn man so macht und dann so macht dann fällt das alles runter deswegen bleibe ich meistens so und ich weiß ungefähr wo ich ansetzen muss dass ich will natürlich nicht hier unten meinen Rouge haben das ist klar ich möchte wenn ich normal gucke frisch und freundlich aussehen deswegen kann man wenn man so macht weiß ich ich merke mir ungefähr diese Stelle und ich weiß dass es hier vorne ist so einfach hier vorne ich mache das mal einfach guck mal so so und dann streiche ich das nach dahin aus ganz leicht wieder ein bisschen Farbe nehmen da kommt ja immer nur ganz wenig auf die Spitzen und dann schwebe ich darüber und ich mache das ich stelle mir hier praktisch so eine kleine Kugel vor so ich gehe ein bisschen hier rüber man kann auch so ganz rüber gehen mache ich aber nicht ich bleibe hier vorne und dann guck mal ich so ganz leicht mit dem Pinsel ups guck mal und das reicht schon um frisch auszusehen ne man kann auch so stupseln das mache ich auch manchmal ich hab dann immer irgendwie das Gefühl das verteilt sich noch gut aber es läuft praktisch ja aus hier so eine Kugel und dann läuft es raus praktisch ist das der Gegenspieler zum Bronzer wenn ihr euch das jetzt vorstellt der Bronzer war ja hier großflächig und ging dann so runter und der Rouge ist genau das entgegengesetzte Teil wie so ein Puzzle hier ist es rund und dann läuft es nach oben hin aus also praktisch zwei so die so ineinander wie Geschwister so und jetzt finde ich sieht das so richtig schön ebenmäßig gleichmäßig aus ne die Kontur mit dem Bronzer zusammen und der Rouge das harmoniert alles und wenn ich jetzt euch so von vorne angucke gefällt mir natürlich diese Seite besser und ich finde das ist ein ein schöner natürlich eine schöne natürliche Art sich zu schminken und das ist meine Variante die ich so am schönsten finde habe mir viele YouTube Videos angeguckt habe mir viel überlegt wie möchte ich eigentlich aussehen was möchte ich was finde ich am schönsten welche YouTuberin finde ich am sinnvollsten was geben die für Tipps und diese Variante habe ich dann so für mich rausgesucht so jetzt mache ich nochmal hier vorne je nach Hautton also wie gesagt hier rund ruhig ernst gucken wir wissen ja ungefähr hier vorne muss es sein ne weil sonst kann ja sein dass es so ist ich habe es noch nicht erlebt aber das wenn wir so machen und dann gucken wir runter dass es denn hier unten ist ich bleibe hier oben hier vorne hier da wo ich rot sein würde wenn ich jetzt ganz schnell laufen würde dann würde ich hier vorne genau hier vorne würde ich rot sein nicht hier oben nicht da so und dann lasse ich das einfach so auslaufen damit es so schön aneinander übergeht fertig man kann wenn man jetzt unsicher ist und man sagt es ist nicht so gut geworden immer den Bronzer nochmal nehmen und man kann nochmal rüber nochmal nach vorne gehen und das nochmal alles verteilen das könnt ihr den ganzen Tag machen immer im Wechsel den Rouge Pinsel und den Bronzer Pinsel ich finde immer das ist so die gehören irgendwie so ein bisschen zusammen die müssen miteinander verschmelzen zusammen mit der Kontur das muss alles so eine natürliche frische ergeben so und ich finde das reicht aus so sieht man schön aus so sieht man frisch aus erholt jetzt bräuchte man eigentlich nur Wimperntusche und ein bisschen Lipgloss und könnte schon los und würde einfach frisch und toll aussehen so das war das Video zur Kontur wenn ihr Fragen habt ich bin jederzeit für euch da ich versuche euch wirklich jede Frage hier zu beantworten für Tipps bin ich immer offen wenn ich was falsch gemacht habe sagt mir das ruhig ich weiß dass es viele Varianten gibt das zu machen ich habe halt diese Variante für mich rausgefunden aber vielleicht macht ihr das ganz anders und habt noch ganz tolle Tipps für mich bin ich immer dankbar für und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder wünsche euch eine ruhige Woche bleibt bloß gesund ja was soll ich sagen lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen wenn ihr möchtet macht ihr mir sehr gerne einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal dann sehen wir uns auf jeden Fall gerne 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 wieder freue ich mich immer über jeden Daumen über jeden tollen Kommentar freue ich mich megamäßig und natürlich auch über neue Abonnenten ja also abonnieren ist kostenlos sag das immer lieber Vorsichtshaber weil früher wusste ich das auch nicht abonnieren ist kostenlos das kostet natürlich gar nichts da passiert auch nichts Schlimmes sondern abonnieren heißt einfach nur dass man angezeigt wird wenn man YouTube Videos guckt ach guck mal sie hat wieder ein kann man auch die Glocke einschalten dann heißt es einfach nur ja sie hat ein neues Video ganz aktuell ganz schnell sofort aber bei Instagram bin ich auch und da kündige ich meistens fast immer ständig meine Videos an ich bin dreimal die Woche hier mittwochs freitags und sonntags und wenn ihr möchtet sehen wir uns sehr gerne wieder und das allerwichtigste lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen bis dann tschüss jetzt